Wir spielen Civilization 6. Willkommen bei WB. Willkommen bei den Galliern. Willkommen auf Gottheit. Willkommen im Modus dramatischer Zeitalter. Willkommen beim größten Umweltschwein hier in dieser Spielwelt. Willkommen bei Writing Bull. Sehr gern geschehen. Kleiner Kontrapunkt zum Leben. Dort hört ihr von allen Leuten immer, Mensch, wir müssen auf die Umwelt aufpassen. Wir haben die Kinder nur von der Erde geerbt. Wir haben die Erde nur von den Kindern geerbt und solche ähnlichen Geschichten. Hier läuft das etwas anders. Was machen wir? Wir eilen mit unseren Handwerkern ins Umland unserer Städte, in den vierten Ring, in den fünften, wo das überhaupt nichts bringt. Holzen dort die Wälder ab, als ob es kein Morgen gäbe, setzen da Minen drauf, damit es Tourismuserträge gibt. Ja, unser Konzept ist nicht etwa schöne Wälder, damit die Leute aus den Städten dahin fahren, dort Tourismus betreiben oder Leute aus anderen Reichen zu uns hinkommen, um bei uns die schöne Natur zu genießen, sondern wir generieren als Gallier über unsere Minen Tourismuserträge auf Minen. Die Leute kommen zu uns, Touristen aus aller Welt, um unsere gallischen Minen zu bestaunen. Ernsthaft. So machen wir das. Ich finde, da sollten viele, das sollte so im Real Life, so die ein oder andere städtische Tourismusbehörde, sollte ihre Konzepte überdenken und sollte uns da kopieren. Kann ich mir gut vorstellen. Also, falls ihr mal Kontakt habt mit Lokalpolitikern vor Ort, mit kommunalen Grüßen, sagt Ihnen gerne, liebe Grüße von WB. Er hat gesagt, wir bekommen mehr Touristen hier in unsere Stadt rein, wenn wir die Wälder abholzen und überall Bergwerke hinsetzen. Der Mann weiß, was er sagt. Verlasst euch auf ihn. Könnt ihr gerne weitersagen. Gern geschehen. Ich bin immer bereit, ein bisschen das Gute in die Welt zu tragen. Oder zumindest das, was ich dafür halte. So Leute, wir machen weiter. Stadt ohne Energie. Klar, weggeklickt. Weltweit den ersten Gebirgstunnel gebaut. Zeit, Alter, Punkte, abgegriffen. Hier vorne. Gibt es irgendwelche Missionare, die wir fertig machen wollen? Nein, leider nicht. Nope, keiner da. Dann parken wir den einfach hier. Komm, der darf einmal parken, ja. War nicht irgendjemand hier. War eben noch ein anderer. Aber den haben wir, glaube ich, fix und fertig gemacht. Der halt, glaube ich, da oben hin wollte der. Der hat, glaube ich, nur eine Ladung. Das wäre effektiver. Ach, da wird eine Stadt gründen. Hier oben entsteht da auch irgendwo einer. Irgendwo ist noch eine Archäologe drin. In einer der, ach komm, ich schicke ihn da hin, wie geplant. Lauf da mal rüber, Junge. Oh Gott, ein Feind. Eine Artillerie. Eine barbarische Artillerie. Direkt vor der Nase. Da brauchen wir demnächst ein bisschen Verstärkung. Wer kann uns da helfen? Wo sind unsere Truppen, wenn man sie mal braucht? Der Muskeltier hat sowas von keinen, doch halbwegs Schnitte. Der kann das regeln. Haben wir irgendwas Schnelles, was dahin eilen kann? Nein. Wir lassen den erstmal nahe kommen. Wir haben doch über die Opidums. Die ballern den schon so weg, hoffe ich mal. Wird schon irgendwie gut gehen. Und wenn nicht, dann geht es halt schief. Wir sind beim Thema Lebensweisheiten. Gern geschehen. Noch eine. Entweder geht es gut oder es geht schief. Wieder was gelernt. Danke. Gern geschehen. Bedankt euch nicht. Mit dem Späher wollten wir ins Wasser. Und. Ah ja, spähen wollten wir mit ihm. Ins Wasser und einmal spähen, bitte. Er hat noch drei Aktionen. Ein Schiort. Wir könnten schon mal die beiden zusammenfassen. Zu einem Chor. Und eine Runde weitermachen. Haben wir da alles gedacht? Ja, wir hatten uns überlegt, dass wir mit den Glaubenspunkten eine Rockband kaufen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber. Das würde uns für den Tourismus-Sieg natürlich was bringen. Aber wenn wir den Tourismus-Sieg anstreben, das wäre so ein Behelfssieg, den wir haben wollen. Dann reicht es auch aus, wenn wir das am Schluss machen. Also wir müssen, ob wir jetzt mit dem Rumrennen oder in zehn Runden. Das ist eigentlich für den Tourismus-Sieg egal. Die andere Frage ist die, wir wollen, wenn wir eine Rockband haben, hilft uns das bei der Forschung. Das bringt uns nämlich das Heureka für irgendwas. Irgendwo bringt uns das ein Heureka. Bilde ich mir ein. Irgendwas irgendwo. Da wäre irgendwo ein Rockband-Heureka. Bilde ich mir ein. Kannst du dich erinnern, Matsumannix? Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, aber es kann sehr gut sein. Wir hatten darüber gesprochen. Es kann auch sein, dass ich das gerade erfinde nach dem Motto, es klingt so schön, dass es wahr sein könnte. Hier, besitzt eine Rockband. Dezentralisierte Herrschaft. Direkte Demokratie. Mehr Kultur. Mehr Annehmlichkeiten. Haufenweise Joker-Karten. Die haben wir auch so unter mir Diplomatie-Karten. Falls wir, dann hätten wir hier eine Rockband. Ja, wir hatten letztes Mal diskutiert, welche der drei Regierungsformen für uns eine coole wäre. Was meinst du, Matsumannix? Welche Regierungsform könnte für uns die beste sein? Also ich persönlich, entschuldige, würde wegen des Energieeffekts liebäugeln mit der synthetischen Technokratie plus drei Energien in allen Städten. Das würde uns schon sehr helfen. Dann würde es uns helfen, mehr Produktion für alle Stadtprojekte. Dann würde es uns beim CO2 wegmachen. Der negative Effekt beim Tourismus kann uns egal sein, wenn wir auf Diplomatie-Sieg gehen. Und wir haben hier den Schwerpunkt auf den zweiten Kartenslot, nämlich auf die Wirtschaft. Und das ist für uns ja gut. Ja, ich würde auch schwanken zwischen der digitalen Demokratie und der synthetischen Technokratie. Auch aber aus denselben Gründen, wie du es gerade genannt hast, wahrscheinlich die Technokratie bevorzugen, weil wir tatsächlich diese Energie und diesen Produktionsbonus direkt nutzen können und auch diese Wirtschaftskartenslots auch gut gebrauchen können. Egal, wohin man geht, hierhin oder hierhin, der Weg ist immer über Globalisierung und Social Media. Insofern ist das egal, was wir jetzt anstreben. Nur wenn wir die dezentralisierte Herrschaft und die digitale Demokratie haben wollen, dann bräuchten wir den Boost für die Rockband. In der Chat wird gesagt, die Rockbands, die leveln aber auf mit der Überzeit, mit der Beförderung. Ja, aber auch dafür ist es egal, ob man die jetzt holt oder später, weil die Beförderung bekommt man ja durch ihren Einsatz. Wenn die erfolgreichen Einsatz hatten, bekommen die eine Beförderung, sind dann effektiver. Aber ich würde sagen, ich würde das erst noch, wir können ja mal gucken, wie teuer eine Rockband wäre. 600. Also es gibt schon coole Beförderungen tatsächlich, eine direkt zu Beginn und dann halt auch bei dem Aufleveln, die uns auch helfen könnten. Das ist aber so ein bisschen zufallsbasierend, ob die dann zur Verfügung stehen oder nicht, ähnlich wie bei den Spionen. Aber da gibt es solche Beförderungen, wie dass wir ganz viel Geld auf einmal gewinnen oder dass unsere Religion in der Stadt auf einmal von jetzt auf gleich vorherrschend wird. Oder wir ganz viel Loyalität abziehen. Also da kann man schon ein bisschen was mit machen, aber es ist halt wirklich so ein Zufallscharakter da mit drin. Wir könnten mal gucken, ob wir mit den Glaubenspunkten auch demnächst eine große Persönlichkeit kaufen wollen. Artefakte in allen Städten generieren 300% mehr Tourismus, wäre für uns wichtig. Diese große Wissenschaftlerin Mary Leakey müssten wir auch tatsächlich in Römern abkaufen. Boah, 73 Punkte für große Wissenschaftler, müssten wir jetzt kaufen, sonst ist der weg. Ist die weg. Würde uns, können wir uns nicht leisten, weder über Glauben noch über Gold. Das heißt, die bekommen wir eh nicht. Mehr diplomatische Sichtbarkeit bei allen Ziffs ist schön, aber nicht zwingend. Reichweite der regionalen Gebäude eines Bezirks im Dreigeländefelde erhöht. Boah, nicht zwingend. Großer Nikola Tesla ist gut, aber auch nicht zwingend. Wir stehen ganz gut da. Und den sollten wir auch so abgreifen. Den greifen wir auch so ab. Und der Rest hier unten ist jetzt nichts, was wir unbedingt sonst bräuchten. Das heißt, wir könnten uns eine Rockband kaufen. Wir könnten uns übrigens auch für ein Appel und ein Ei. Oh ne, in einer Runde haben wir eh hier den großen Musiker Ludwig van Beethoven. Deshalb ist der so billig. Ja, sollen wir uns mal einkaufen, eine Rockband. Wenn du meinst, die Beförderung könnte cool sein. Also mir machen die Rockbands tatsächlich mal viel Spaß. Und ja, 600 glauben jetzt einmal zu investieren. Ja, ist eine einmalige Investition. Entweder wir haben Glück und es sind coole Beförderungen dabei. Oder wir sagen, naja gut, dann lassen wir die halt ein bisschen ein paar Auftritte machen. Und war ein Versuch wert. Die schickt man ja dahin, wo ihre Konzerte möglichst viel Tourismus generieren. Und dafür suche ich mal die Wunder. Ja, das ist zwar eine Möglichkeit, nicht alle Möglichkeiten. Aber auf Wundern kann man in der Regel das ganz gut hinbekommen, dass man Tourismuserträge gibt. Und die sollten auch in fremden Städten sein, sonst geht es nicht. Und hier in Ravenna könnte man zum Beispiel die Rockband hinschicken. Hier sind zwei Wunder nebeneinander. Da oben ist ein drittes. Und die sind, glaube ich, auch alle schon gebaut. Ja, dann lass uns doch hier. Sechs Wunder sehe ich hier. Dann bauen wir die direkt hier in Kumail kaufen wir ein. Und schicken die dann rüber, ja? Einverstanden. Und jetzt kommt auch ein Heureka, beziehungsweise eine Inspiration. Für die Rockbands. Für die dezentralisierte Dingsbums. Ausrichtungsbonus. Klar, eine Runde weiter. Sonst müssen wir im Augenblick nichts machen. Könnt ihr mal gucken, ob... Achso, ich wollte ja Kohle verkaufen an unsere Nachbarn. Warum? Ja, klar, wie immer Geldgeilheit. Auch deshalb, klar. Aber auch aus einem anderen Grund. Um die Umwelt zu schädigen. Damit wir beliebter werden. Ja, ernsthaft. Wirklich. Also, ich will gern den anderen Kohle verkaufen, in der Hoffnung, dass die dann Kohlekraftwerke bauen. Das heißt, dann sind die die Umweltschweine. Wir weiterhin, aber die halt etwas mehr. Und das sollte unseren Gunstmalus verringern. Das heißt, wir machen uns beliebter in der Welt dadurch, dass wir anderen Ländern Kohle verkaufen, damit die die Umwelt versauen. Dadurch steigt unser Ansehen. Klingt das abwegig oder total logisch und realitätsnah? Machst du mal nix. Antwort, wie aus der Pistole geschossen? Erschreckend realitätsnah. Also, wir benennen die gleiche um. Ihr könnt gern schon Namen posten, aber die Umbenennung kann man erst machen in der nächsten Runde. Schaut mal hier. Umbenennung ist noch... Doch, kann man jetzt schon. Einmal umbenennen. Was wird gesagt? Die Kalbstarken. North Bowman. Du hast drauf. Erste Band heißt Trubadix. Das geht nicht. Wie soll man denn eine ganze Rockband in einem Baum aufhängen und knebeln? Das geht nicht. Umweltsündix. Das kann man machen, Smarty. Trubadix. Flying Bulls geht immer. Nirvanix. Das geht auch. The Wild Bulls. Reds Covengers. Das geht auch. Die Kalbstarken. Haut mich. Finde ich super gut. Was? Apokalypse. Now. 86. Trubadix. And the Celtic Bulls. Ganz kompliziert. Nymph Prime. Ganz poetisch. Und poetisch. Die für Kleopatra singenden Tiger. Das geht auch. Wir machen aber die Idee von North Bowman mit die Kalbstarken. Das fand ich eigentlich sehr, sehr cool. Das war da North Bowman, glaube ich. Die Kalbstarken. Ja, komm hier. Die Kalbstarken. North Bowman. Kranker Haas. So, das sind die Kalbstarken. Eine Runde weiter. Kohle verkaufen wollten wir. Floberle. Danke dir für das Abo. Vierter Monat. Das ist der vierte Mal ein Dankeschön an Floberle. Danke. Sehr lieb. Und wen verkaufen wir Kohle? Ja, an die, die Geld haben. Das können nur die beiden sein. Basilius. Der wird noch eine Weile im Spiel sein auch. Der wird nicht so sehr von der KI bedrängt. Das heißt, wir gucken mal. Geld hat er auch ganz gut. Was er uns für Kohle gibt. Ein Gold. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin beleidigt. Ich bin tief beleidigt. Und dann fragen wir noch Gorgo. Die hat aber nicht viel. Gibt auch nur eins. Was soll denn das? Ach, die hat das wahrscheinlich das Konzept der Kohleverbrennung und der Umweltsauerei noch nicht genügend erforscht. Also eine Runde weiter. Das geht ja gar nicht. Freut mich sehr, übrigens, dass so viele Leute da sind. Gerade live auf Twitch. Über 300. 319 haben wir gezählt, glaube ich. Lieber Panischat. Das sind ganz schön viele heute Abend, oder? Auf jeden Fall, ja. Das freut mich auch sehr. Da sieht man, Matsumen ist wieder da. Und wir haben wieder 319 Zuschauer. Aber im Endeffekt, wir haben immer sehr viele Zuschauer. Und auch unseren Matsumen soll das zukünftig wieder motivieren, öfter dabei zu sein. Jawohl, lieber Panischer. Im Chat schreibt Smarty, wir sollten Gorgo eventuell noch Öl verkaufen. 22 Euro wäre möglich. Das möchte ich nicht. Weil zum einen will ich ja, dass die Leute nicht Ölkraftwerke bauen, weil die sind ja nur moderat umweltschweinisch. Sondern lieber Kohlekraftwerke. Und das Zweite, wir brauchen das Öl ja dringend, um unsere Artillerien betreiben zu können, die ganze Zeit. Also wir haben selber nicht so viel Öl. Also das würde ich ungerne verkaufen. Und nochmal, ich verzichte. Habt ihr gerade gesehen auf die Beförderung. Die hole ich mir danach. Weil ich finde, das ist dann effizienter, um die klein zu kriegen. Lieber jetzt nochmal schießen, dann ist die schlechter im Kampf zurück. Dann die Beförderung holen. Die kann nicht teilen. Wir haben einmal gehalten, dann gehen wir eins runter, dann killen wir. Dann bei einer Beförderung ist es rund. Also einmal XP sammeln, nicht bekommen. Obwohl, das ist aber egal. Weil nach der ersten Beförderung bekommt man sowieso aufs Ballern von Barbaren nur noch einen XP-Punkt pro Angriff. Das ist gedeckelt. Insofern alles gut so. Und den Kampf überleben wir auf jeden Fall. Nächste große Persönlichkeit. Wir rekrutieren. Ludwig van Beethoven. Dich rekrutieren wir. Hallo? Hast du uns gehört? Ludwig van Beethoven. Kann man jemand den Ludwig van Beethoven anschubsen? Ich glaube, der ist schon im späten Alter angekommen. Der war ja leider. Der ist ja leider im Alter ertaugt. Und bitte alle einmal hier einmal anschubsen. Ludwig van Beethoven anschubsen. Ja, jetzt sieht er uns. Hier, BB. Komm, hier rüber. Guter Mann. Hier, Gallier. Wir Gallier lieben eure Kunst. Werter von Beethoven. Einmal rekrutieren. Sehr schön. Hat geklappt. Produktion wählen hier. Oder? Wo war das? Ach, hier unten. Ein Glas ist nix. Aquacenter. Nächster Schritt. Eine Artillerie. Das wäre dann eigentlich schon die siebte. Glaube ich. Einmal, zweimal, dreimal. Viermal, viermal. Wir haben ein Plus von sechs. Das wäre dann die fünfte. Das wäre die sechste. Das wäre die siebte. Das ist hier. Lebensmittelmarkt ist nicht so wichtig. Das Stadion war schon wichtiger. Nehmen wir die hier raus. Dann ist das Stadion früher da. Dann mal zwei, dreier so. Borda. Jetzt haben wir wieder sechs drin. Amphitheater steht. Sehr schön. Nächster Schritt. Wir könnten uns noch ein paar Einheiten bauen, um uns hier, ähm, wir können auch hier Einheiten mit der Eisenbahn in irrem Tempo rüberbringen. Warum nicht? Warum nicht? Kann man machen. Archäologisches Museum und dann Archäologe. Wäre eine Option. Einheiten geht wie fix. Eine Runde. Die haben wir so schnell gebaut. Wir haben nicht eine Kavalerie gebaut und dann rübergebracht. Oder zwei Kavalerien. Wir haben keine Militärproduktionskarte drin. Das könnten wir nachher auch mal machen. Ich glaube, ich würde, die Kavalerie ist ganz schnell an der Front. Sollen wir das machen, Matze? Kavalerie wäre eine Idee. Oder was ich mich auch frage, lieber Daniel, ist, was ist eigentlich mit den Aufklärungsballons? Was haben wir die schon vorgesehen? Ja, einer ist oben direkt in der Frontnähe drin. Ah, super. Ja, und dann machen wir mal hier eine Panzer. Panzer ist noch cooler, weil erstens, ach, Panzer braucht aber die ganze Zeit ein Öl. Aber Panzer brauchen wir auch für irgendwas. Für irgendwas brauchen wir noch Panzer. Als Heurika. Drei Panzer für die Verbundwerkstoffe. Wir könnten Folgendes machen. Wenn das sicher klappt, hier mit dem Ölvorkommen, wir gehen hier mal an Land. Dann werden wir hier auf jeden Fall auch noch gleich ein Öl verkommen. Gibt drei Öl, ne? Drei Öl, ja. Dann können wir die Panzer ja problemlos produzieren, die drei Panzer. Das wäre hier einer. Ein Wald, nix. Noch ein. Ach, das geht so fix hier. Zack, einer. Und dann machen wir noch einen dritten irgendwo anders. Die sind so schnell auch an der Front dann. Wohl noch schneller wäre natürlich, wenn wir die auch hier oben bauen. Weil solbst. Ach, sehr gut. Ein Panzer von links und von rechts unten nach oben hin. Das kann man machen. Oh, wir hatten zwei Städte hier eingezeichnet. Aber das hatte Priorität. Das ist ein alter Eintrag. Handelsposten erstellt. Sehr schön. Mit dem Händler. Ich finde, den können wir gleich einsetzen in der neuen Stadt hier. Um die Stadt zu versorgen. Alternativ könnten wir auch Schmierfix noch mal versorgen. Aber Schmierfix hatte nur ein Ziel in Globulix. Wir setzen mit immer eine Runde aus. Zieh mit dem runter. Hier, der wollte roden. Der wollte für das Industriegebiet roden. Und das Feld gehört zu Flutnecks. Dann nehmen wir das Forschungszentrum raus. Roden einmal hier. Eine Regenwaldfutsch. Flutnecks hatte einen Bürgermeer. Und stellen jetzt das Opidum da oben ein. Dass dann auch Rückzug fertig ist. Hand ist weg. Alles gut. So, und mit dem Kollegen. Könnten wir auch in Wundertüte. Falls wir irgendwo. Ja, hier unten brauchen wir auf jeden Fall. Wie viel Aktion hat der drauf? Der hat fünf. Einmal. Zweimal. Das reicht eigentlich. Flutnecks hat, glaube ich, Unmengen bereits an Wohnraum. Mehr muss es gar nicht sein. Wundertüte. Oh, noch einer. Da könnten wir ja gleich zwei hier versorgen. Den setzen wir auch mal eine Runde aus. Ludwig van Beethoven. Sendezentrum. Ist hier ein Sendezentrum? Ja, da kann er hin. Und stimmt die Oder an die Freude an. Sehr hübsch. Hör ich immer wieder gerne. Mal links selten in dem langsamen Tempo. Hier. Eine untergebracht im Sendezentrum. Haben wir noch ein Sendezentrum? Eins im Bullwerk noch. So, und mit dem Kollegen. Der hat zwei Aktionen. Mit dem, ähm. Ach so, wir wollten die Eisenbahn noch Richtung Norden ausbauen. Das mache ich ja weiterhin. Umwelt hin oder her. Eisenbahn muss sein. Ein Skiort. Globulix. Für Globulix eine coole Geschichte. Zwei Aktionen mit ihm möglich. Und er zieht eins, bleibt hier und setzt hier noch einen Skiort hin. Vierter Ring gehört zu Waldnix. Eine Annehmlichkeit mehr für Waldnix. Dann können wir hier einmal feuern. Auf den Kollegen hier. Das saß. Sehr schön. Gibt es etwas, jemanden, den wir aufleveln wollen? Wir wollen die Bombarde aufleveln. Die kann auch nicht bis da hinten feuern. Wir könnten übrigens auch Lugdunum einnehmen und den Weströmern wieder schenken. Das geht dann wieder flöten. Aber dann hätten wir auch einmal 100 Gunst. Das sollten wir machen. Dann müssen wir nur hier unten auch einen Aufklärungsballon und eine Artillerie. Und die Bombarde nachher verbessern. Das halte ich eigentlich für eine gute Idee, Matsumannix. Finde ich auch sehr cool. Die Feldkanone, die kann sich noch befördern. Könnten auch das Katapultkorps zur Artillerie verbessern. Da müssen wir allerdings erst die entsprechende Karte reinpacken. Sonst ist das ein bisschen sehr teuer. Wir brauchen noch mehr Öl. Wir haben zwei Öl angeschlossen. Da unten wäre das dritte. Wir können eine Karte noch dazunehmen, aber das ist mir etwas dünn. Oh Gott, hier kommen ganz viele Feinde. Ich hätte gerne noch ein Ölvorkommen angeschlossen, irgendwo eins. Wie siehst du das? Ja, also was ich tatsächlich jetzt nicht gecheckt habe im Spielstand. Wir bekämen ja auch Öl, wenn einer unserer Stadtstaaten, in dem wir so zerren sind, auch zufälligerweise Öl zur Verfügung hätte. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Fall sein könnte. Und wir müssen dann die Ölquelle auch erst mal anschließen, falls die das noch nicht erforscht hätten. Genau. Ansonsten bleibt uns nicht mehr viel übrig, als noch mehr Ölquellen zu erschließen, beziehungsweise diese Politik-Karte einzusetzen, die das ein bisschen nach oben treibt. Oder wir haben auch noch Magnus als Gouverneur, der mit einer entsprechenden Beförderung, wenn wir sie denn haben, tatsächlich noch mal eine zusätzliche strategische Ressource erwirtschaften könnte. Hier könnten wir noch eine Stadt gründen, an zwei Öl vorkommen. Das geht. Wir müssen nur einen Siedler hier rüberschicken. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das würden wir dann setzen, hier in die Mitte. Zweiter Ring. Bezirke bauen wir eh nicht mehr in der Spielphase. Das ist leider hier ein Barbaren-Nest. Ein Öl hier, ein Öl dort. Das hier, mit ganz viel Pech, ist hier ein Schiff drin. Wahrscheinlich nicht. Das sollten wir eigentlich verteidigt bekommen. Hier ist noch ein geothermischer Riss. Das ist eine gute Idee. So, und mit dem Speer wollten wir hier noch die Mitte etwas erforschen. Dann weiß ich nie, was es hier noch gibt. Dann sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer Überlegung angekommen. Hier steht der Flugplatz. Der erste Flugplatz ist da. Der hatten wir schon im Bau gehabt. Dann brauchen wir nur noch einen weiteren. Wir können jetzt auch Flugzeuge herstellen. Bislang allerdings nur Doppeldecker. Das ist ein bisschen doof. Wir können auch das erste Gebäude draufsetzen. Einen Hangar. Dann können wir eine weitere Lufteinheit hier reinsetzen. Also statt zwei, drei. Bringt uns zwei Produktionen mehr. Wir machen ja erstmal Kohlekraftwerk. Dann gucken wir weiter. Ja, mit dem. Hier oben der Kollege erstmal schließt hier noch an. Und mit ihm. Der hat ja zwei Aktionen. Den können wir auch hier schon mal rüberbringen. Und ist der hier hilft gleich. Beim Stadtbau. Und hier könnten wir einen Siedler danach einstellen. Nach dem Kohlekraftwerk. So machen wir das. Der bewegt sich dann rüber. Dann verlieren wir zwar einen Bevölkerungspunkt. Ist aber gar nicht schlimm. Dann haben wir so ein dickes Plus von 37,6 bei der Nahrung. Ja, er ist im Handumdrehen wieder da. Dann läuft der Bürger hier rüber. Na, schmierfix. Dann hier rüber. Gründet die Stadt. Und mischt in der Zwischenzeit hoffentlich noch das Barbarenlager auf. Das bedeutet aber, dass wir auch ein paar Einheiten hier noch haben sollten. Aber die können wir ja auch noch herstellen. Hier machen wir gleich ein Skiort noch hin. Wir können den runter schicken oder auf Tourismusverdacht noch haufenweise hier Minen ins Nirvana schicken. Aber ich finde es eigentlich wichtiger, dass wir endlich mal Kume etwas besser erschließen. Oder rauf nach Globulix, weil der hat ja auch nicht mehr viel drauf. Das sind so eine Rockband, die Kalbstarken. Jetzt bin ich sehr gespannt, welche Beförderung im Pott ist. Die drei. Eine von den dreien können wir nehmen. Entweder Zivilisationen im Umkreis von zehn Geländefeldern erhalten 50% des Tourismus von diesem Konzert. Andere Zivilisationen? Ne. Wir. Hä? Was? Was bedeutet das denn? Also dieser Tourismusbonus, den wir dort erwirtschaften, der gilt ja erstmal gegen diese Zivilisation dort, wo wir das Ganze einsetzen als Rockband. Und 50% von dem Ertrag gilt tatsächlich dann auch für andere Nationen, die da drumherum sind in dem Radius von zehn Geländefeldern. Aber was haben wir denn davon, anderen zu helfen? Also das ist Tourismus für uns. Also unser Tourismus wird dann dort vorherrschen quasi. Ach, jetzt habe ich verstanden. Das heißt, wenn wir irgendwo in ein Dreiländereck beispielsweise sowas platzieren, ne? Ja, das hilft uns im Augenblick leider nicht weiter. Was uns auf jeden Fall hilft, ich habe so einen Verdacht, worauf du schon guckst, das ist der religiöse Rock-Gospel. Ja, genau. Das finde ich tatsächlich gar nicht so verkehrt, weil wir ja eine Religion gegründet haben und wir haben den interkulturellen Dialog als eine unserer Glaubensrichtungen gewählt, wo wir mehr Wissenschaft bekommen. Und wenn wir da jetzt zu großen Städten gehen, innerhalb von einem Klick, die dann vorherrschend machen, dass dort Bullismus gilt, dann haben wir direkt Boni davon für uns. So, deshalb rennen wir einmal rüber. Kann die eine da nicht zerstört werden? Die kann meines Wissens auch zerstört werden, ja. Aber ich habe es noch nie gesehen. Ich habe meine Rock-Bands immer sehr gut bewacht. Deshalb ist das so ein Grate, wo ich sage, 90% wahrscheinlich habe ich richtig geraten. Hier können wir rüberziehen. Befördern kann man die nur im eigenen Territorium, glaube ich, ne? Nee, die kannst du auch im fremden Territorium befördern. Jetzt ziehen wir erstmal ein Stückchen vor, weil nach der Beförderung können wir nicht mehr ziehen. Guck, ob das geht. Ja. Und bevor wir jetzt das Konzert machen, holen wir uns erstmal den religiösen Rock. Nächste Runde ist hier das erste Konzert. Da freue ich mich irgendwie total drauf. Ich finde es, was ich so entzückend finde bei Civ VI ist, es gibt so ganz viele Minispiele im Spiel. So kleine, neckische Spielelemente. Auch das Puzzeln und Sammeln. Beispielsweise auch von diesen großen Werken tauschen. Beim letzten Mal haben wir das gemacht. Große Werke eintauschen bei der KI. Sets zusammenstellen. Das ist so wie Kartenspielen. Oder beispielsweise auch das Kartenspielen im Regierungsmenü. Da die Einheit hin und her puzzeln und so Sachen. Und das ist auch ein Minispiel quasi. Ein Spiel im Spiel. Und das finde ich einerseits schön wegen der Komplexität, weil die dann ein bisschen größer wird. Ich finde es deshalb schön, weil es kein Muss ist in dem Fall. Kein Spieler, der sich noch nicht so gut auskennt mit Civ VI, ist gezwungen, dieses Feature zu nutzen. Man kann es auch einfach ignorieren. Man kann auch Spionage ignorieren und andere Sachen. Das heißt, das ist so aufgesetzt. Das sind so optionale Geschichten, die dann relevant werden, je mehr man das Spiel kennt und je mehr man auf höheren Schwierigkeitsgraden spielen will. Und man kann ja auch erstmal weglassen, ohne dass das Spielerlebnis kaputt geht. Und das finde ich auf eine nette Weise tricky. Okay, dass die Entwickler es also in Dreh gefunden haben, wie man so ein Spiel quasi wie so ein Baum in einzelnen Rinden, Stückchen oder Ringen allmählich immer komplexer macht. Und wenn man selber älter wird und spielerfahrender, dann wächst der Baum und dann holt man sich aus den Außenbereichen und den neuen Ringen immer neue Spielfeatures in ein eigenes Spielerleben rein. Und das finde ich schön umgesetzt. Also das finde ich clever umgesetzt. Das haben die gut hinbekommen, finde ich. Meiner Meinung nach.